Einen schönen guten Morgen, Freunde. Was geht ab? Hier ist der Calvin und herzlich willkommen zu diesem spezielleren Vlog. Bevor ich euch ein paar Einblicke liefere in den heutigen Tag, eine ganz kurze Erklärung, was ist das heute für ein Tag? Wir führen ein Event in Mannheim durch, das nennt sich Hinter den Kulissen. Und für mich ist es ein ganz besonderes Event, denn es ist das erste Event hier mit meinen Jungs aus dem Office, mit Christoph und George. Und das Tolle ist, das haben sie überwiegend alleine organisiert und ich finde das absolut geil, mal zusammen mit meinem Team da vorne zu präsentieren. Ich nehme euch mit, ich versuche euch so ein bisschen Einblicke hinter die Kulissen zu geben, denn ich habe heute etwas mehr Zeit. Und versuche da mal das ein oder andere zu erklären, wie so ein Event abläuft, was da alles passiert. Ja, und da geht's jetzt auf nach Monnem. Viel Spaß! So, hier übrigens nochmal alle im Überblick, das ganze Team hier. Wir sind zu zehnt. Woho, what's up, man? What's up, man? What's up, man? Freunde, Freunde, hey, da ist man einmal wieder an der Uni, hey. Also alles schmutzig, Blätter, Kaffeebecher liegen auf dem Boden rum. Sollen wir es jetzt lassen, damit der Uni-Flair rüberkommt? Nee, 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 wir machen jetzt erstmal ein bisschen sauber. So, hier ist übrigens dann der Vorraum und da draußen werden gerade die Getränke geliefert. Die haben wir natürlich nicht alle mitgenommen. Ist der Stefan übrigens hier? Ich packe auch gleich mit an, aber ich muss gerade noch kurz filmen. So, wir machen gerade einen Technik-Check und bisher funktioniert alles ziemlich gut, was sehr ungewohnt ist, denn in der Regel ist immer wieder mal was nicht passendes, Bild ist nicht gescheit eingestellt. Oh, da hat er gleich mal ein Bild ausgepackt, der Georgi. So, hier, jetzt mal Presenter testen. Der geht. Hey, willst du mich verarschen? Was ist das für ein Hack? Das ist voll geil. Dass du dir die Klebebänder in die Fresse packst? Alter, was ist das für ein geiler Hack? Guck mal, guck mal. So, hier haben wir jede Menge Tüten für die VIPs. Natürlich wollen wir auch den ganzen Teilnehmern noch mehr bieten, wenn die jetzt bei der Veranstaltung sagen, hey, gibt es da noch was von euch? Und wir haben ja fast 100 Produkte auf dem Markt, nehmen aber zu den Veranstaltungen immer nur ein paar wenige mit. Also wir wollen ja gar nicht zu viel abverkaufen, also zu viel Auswahl bieten, sondern einfach Produkte, die zum Event passen. Und die seht ihr jetzt hier. Wir haben einmal die Calvinize 5, die ist nach wie vor noch super aktuell. Lightroom like a Boss, Social Media like a Boss, weil ich etwas über Traffic erkläre. Und alles zusammen gibt es als Bundle. Und diese Produkte haben wir auch extra anfertigen lassen in so eine kleine Box mit einem USB-Stick, weil DVDs, Laufwerke hat keiner mehr. So, ich bin jetzt mal hinten bei der Technik. Da wird der Marvin sitzen. Marvin ist jemand, der Veranstaltungen aufzeichnet und wir Livestream in HD-Qualität an die Personen streamt, die den Livestream gebucht haben. Also für die, die Anreise zum Beispiel zu weit ist. Und das, was hier aufgezeichnet wird, wird dann später wahrscheinlich auch bei uns in den Store gehen. Das heißt, wenn du jetzt nicht dabei warst und sagst, also den ganzen Tag, den will ich mir nochmal reinziehen, dann kannst du die Aufzeichnung bei uns im Store hoffentlich bekommen, wenn alles klappt. Ganz wichtig, Freunde, hier, ich habe meine eigene Vespa-Dose mit den eigenen Broten, die mir der Danny gemacht hat. Power-Bomben, Eiweiß-Bomben, Protein-Bomben, keine Ahnung. So, Freunde, wir machen hier gerade einen Soundtrack und es hört sich schon ein bisschen komisch an. Guten Tag, Christoph, bitte in die Gemüseabteilung. Christoph, bitte in die Gemüseabteilung. Wie lange raubst du schon? Nicht mehr, sieben Jahre. Übrigens, Dennis' Aufgabe, Material sammeln für Instagram, Facebook, YouTube und alles andere. E-Mails. Oh, guck mal hier, was hat der da? Oh, oh, woher kommt der wohl? Wir haben übrigens nochmal einen Marvin am Start. Den muss ich auch mal ganz kurz hier für meinen Vlog zeigen. Hallo. Marvin schneidet ein cooles Making-of-Video, richtig? Ja. Geilo. Entschuldigung, was machen Sie hier? Arbeiten. Arbeiten. Sind Sie hochmotiviert? In acht Minuten ist jetzt Einlass für die VIPs. Also die kommen so eine Viertel, halbe Stunde vorher rein. Mit denen quatschen wir dann noch ein bisschen. Und dann ist Einlass von dem Rest der Teilnehmer. Und dann geht es auch schon bald los. Jetzt ist gerade ein bisschen alles wieder entspannter. Alles ist vorbereitet. Jeder ist quasi ready. Und ich freue mich drauf. So, wir haben jetzt hier die VIPs drin. Und er ist mega VIP, der Stefan. Stefan, wann waren wir zusammen in New York? Wie lange ist es schon her? Das ist jetzt acht Jahre her. Acht Jahre her. Mich würde interessieren, wer von den Vlog-Zuschauern unser Video kennt von der Brooklyn Bridge. Ja. Schreibt es mal in die Kommentare, wenn ihr es kennt. Wenn ihr Stefan erkannt habt. Was war die Washington Bridge? Washington Bridge. Ich sage immer Brooklyn Bridge. Hey Leute, ich bin nervös. Das ist jetzt ganz komisch. Ich kann es euch auch nicht erklären. Aber ich wollte schon immer mal in einem Hörsaal laut kreischen, während vorne einer präsentiert. Das steht auf meiner Löffelliste, bevor ich einen Löffel abgebe. Und wenn ich es mache, dann doch auf dem eigenen Event. Der George präsentiert gerade. Achtung. Das ist das Praktische, der auf der ganzen Welt abgebebe. Die blieb ist, die blieb ist, die blieb wurde. Du musst mir doch mal ausmuchern. Oh, ich bleib. Und alles. Ja, aber wenn man daran gewöhnt ist. Tut man sich schwer. Ich habe jetzt mal gescreenshot. Ich habe jetzt hier... Sorry. Es stand auf meiner Löffelliste. Ich wollte schon immer mal in einem Hörsaal kreischen. Sorry. Ich dachte, jetzt kommt wieder irgendwas, ne? Ich brauche nur eine Vlog-Sequenz von hinter den Kulissen. So. Mein Vortrag ist durch. Ich weiß gar nicht, ob jemand vom Team irgendwie gefilmt hat. Jetzt gucken wir mal, was hier noch leckeres zu essen gibt. Heute ist Cheat-Day. So, Freunde. Die Halle ist schon wieder leer. Es war ein richtig, richtig geiler Tag. Ich hoffe, ich habe jetzt einige Sequenzen eingefangen, die für euch wertvoll sind. Bei uns hat alles geklappt. Wir haben das Event aufgezeichnet. Wir schauen mal, ob wir es in den nächsten zwei, drei Wochen dann auch in den Verkauf bringen können. Und die Stimmung war gut. Und es ist alles glatt gelaufen. Da oben ist noch der Marvin, der aufzeichnet, der gerade jetzt abbaut. Draußen das Team hat abgebaut. Und an der Stelle auch nochmal ein Danke ans Team. Es waren 15 Menschen involviert hinter den Kulissen, um das Ganze hier möglich zu machen. Und ja, war Uni-Flair. Uni war irgendwie jetzt auch cool mit diesem Hörsaal-Charakter. Also war eine super Stimmung. Und ich freue mich jetzt schon auf das nächste Event. Vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und es geht jetzt wieder nach Hause. Ja, ihr habt es euch wahrscheinlich gedacht, wir kriegen das Essen niemals runter. Und deswegen hat mein Team jetzt ein bisschen telefoniert. Wir fahren jetzt in ein Obdachlosenheim, kein Scheiß. Und versuchen jetzt, das ganze Essen dort abzugeben. Mal gucken, ob es klappt. So, klappt hier. Die ganze Ladung, Körper, alle reingebracht. Voll geil. Also da drin filme ich jetzt auch nicht. Aber die freuen sich alle. Richtig geil. Willst du dich mitnehmen? Oh, meine Lecria-Kamera. Danke, Danny. Bitte. Mach's gut. So, Freunde. Jetzt ist aber hier wirklich Schluss. Weil jetzt geht es wirklich nach Hause. In diesem Sinne. Bis dann.